Letzte Minute leist, die Nacht ist jetzt hinbereit, Schallsteiger, Marien, Todolski, wieder gestoppt. Das war wohl das erste Mal. Wo es kommt, Schalli? Oh, Pfff! Der Kieler gibt es nur 2 Minuten bis wir es halten bleiben, ist nur Deutsch. 90 Minuten sind in diesem Augenblick vorbei. Drei weitere Minuten in Folge. Drei weitere, in denen die deutsche Mannschaft noch versuchen kann, diese Geschichte halbwegs sauberer über die Bühne zu kriegen mit einem Ohne-Team. Und wenn man sich sogar die neue Seele da zum Vorfeld nimmt, die danach steht, sei jetzt da. Das Tor schossen gegen Slowake. Drei. 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 Das ist jetzt hier Freistoß für Serbien, die letzte Minute der Nahspielzeit läuft. Ich glaube, es ist zwei Minuten liegen ja vorbei. Jetzt hat der auch ein Krabbeuer. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Hä? War doch nichts. Hat er in die Luft geschossen? Ja. Mehr nicht. Die Kollision zwischen Gewürz. Der Herbst-Deup-Gerricks. Das ist vielleicht das Bild dieses Tages, diese Reaktion von Johann Löw. Die Euphorie erst mal eingebremst. Was waren denn die Knackpunkte? Der frühe Platzverweis von der Ursula Klose. Das heißt also 53 Minuten lang. Die Nachspielzeit 56 Minuten lang. In zehn Mann. Eine starke rechte selbische Seite oder anders ausgedruckt. Eine Fehlerhafte von Bratstuber ist dank grüblicher Katedewitz. Der Ball gegen Australien wurde immer noch flach gespielt. Kombiniert. Und diesmal wurde hoch gespielt. Und knapp verloren. Deutschland verliert das zweite Spiel der WM. Ein guter Ball der Johann Löw. Und die deutsche Elf wieder zurückkommt den Boden der Tatsachen. Und der Klaus Andrej. Aber das ist alles noch drin. Und ich stirb in die Mitte. Bis schon! Aber ich hab ja trotzdem kurz vor allem gespielt! Ich hab gedacht so... Ich hab so ein Schlappchen drin und das war ein Prost. Und dann war ein Papier. Das war's für heute.